Diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Mietwohnung ist ab dem 1. März 2014 bezugsfrei. Die modernisierte Etagenwohnung befindet sich in Köln-Eppels. Das im Jahr 1960 erbaute Haus verfügt über vier Etagen. Die Etagenwohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 55 Quadratmetern. Die Kaltmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 550 Euro. Kontaktieren Sie uns für nähere Informationen.